Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen in China, Bridge of Spirits. Ja, wir müssen hier irgendein Rätsel lösen, der sich mir noch nicht so ganz erschließt. Also, was sagen die Sterne? Nicht viel. Dreimal auf den schießen? So, wo ist jeder Stern? Da ist der Stern. Dann schauen wir mal von hier. Und dann schauen wir noch von da. No. War das jetzt falsch? Anscheinend war das die falsche Kombination. Ich schätze mal, man muss auch noch gucken, wie viele Sterne es sind. Zwei Sterne. Ein Stern. Zwei Sterne. Dann. Moment, da waren wir schon. Drei Sterne. Und jetzt der letzte vier Sterne von hier. Jawoll. Gibt es hier eigentlich sonst nichts mehr? Irgendwie Spirit Mail oder eine Kiste oder sowas? Sieht aber nicht so aus. Sieht aber nicht so aus. Nee. Glaub nicht. Glaublich. Was ist das für eine Säule hier? Glaublich. Glaublich. Soweit können wir die Bombe nicht werfen. Soweit können wir die Bombe nicht werfen. Soweit werden. Hier. Da gehst du wieder zurück, oder? Ich glaube, wir bleiben lieber erstmal hier. Was haben wir denn hier? Ey, 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 der sieht arg kompliziert aus. Juhu. Daneben gesprungen. Reicht da eine Bombe oder brauchen wir zwei? Okay. Okay, jetzt sind wir erstmal hier. Mist. Das war nix. Ein Glück, dass man da sofort wieder anfangen kann. Kusa. Habe ich eigentlich mein ganzes Leben wieder verloren? Oh, das sieht so aus, als wäre hier ein größerer Kampf. Was mit meinen Upgrades? 115, da geht auch gerade nicht viel. Tja. Da hilft nichts. Over there. Tja. 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 Oh oh. Uh oh. No. Uh oh. 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 I've off-drinked health. Uh oh. Okay. Oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. I can't even have a drink that comes. Uh oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Errungenschaft, Toshis Liebe Village Cress New Rodhead available, warrior Errungenschaft, Toshis Liebe Cressions, ZDF, 2020 Da haben wir genügend meditiert Dann reden wir doch mal mit jedem Ah ja, ich habe jetzt aber auch wenige gefunden von dir Ist jetzt das Poison alles weg Und schauen wir doch mal, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt Irgendwas praktisches So was wie Spirit Male Weiß nicht, ob nochmal ein Geist kommt, wenn wir jetzt da läuten Ob es nicht gut oder schlecht die Idee ist Ja, ich glaube hier gibt es ansonsten wirklich gar nichts Ist ein bisschen enttäuschend Tja dann Gehen wir wieder Jetzt haben wir natürlich den einen Stein da gar nicht benutzt Da hinten Ähm Müssen wir jetzt echt schwimmen? Ist das euer Ernst? Na super Aber wenigstens ist das Gift jetzt weg Ah ja, das war das hier Ich glaube das bringt hier wenig Ah, hier ins Wasser gefallen Wir könnten mal da rüber Da ist wieder der Stein Hm Hier ist noch ein Schrein Können wir hier die Rot drüber schwimmen lassen Ah super Wie soll denn das dann gehen bitte? Kommt ihr aus dem Wasser nicht raus? Irgendwie hat es jetzt geklappt Keine Ahnung warum Wie soll denn das Wasser kommen? Sehr schön So Da ist eine Blume Kommt ihr da nicht hoch? Ja das ist jetzt aber echt komisch Dann ist das der Weg wohl hoch Hm Das ist aber wirklich seltsam hier Dann schauen wir mal hier entlang Wir haben alle Ach wir müssen hier blocken erst mal Wo geht es hier entlang? Ah ja jetzt sind wir hier wieder oben Oder Ach nee das war eine andere Stelle Da waren wir noch gar nicht Ein neuer Hut Ein Samurai Hut Ein Samurai Hut Ein Samurai Hut Spirit Mail Schauen wir mal wo wir sind Ah ja ganz oben Naja nehmen wir das Tor da hinten Ah Figur hier Ah hier kann man irgendwas machen Ah hier kann man irgendwas machen Ah hier kann man irgendwas machen Also Schauen wir uns an Dann hier kann man auch etwas F NAT Tja 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 Sehr schön, wieder eine sehr interessante Statue hier, was das wohl sein soll. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ich weiß aber gar nicht, ob uns das irgendwas bringt, wenn wir diese Steine da benutzen. Nee, da sind wir hier oben. Nee, da kommen wir nur hier rüber, da können wir genauso gut hinschwimmen. Das bringt nichts. Wie sie da alle im Wasser warten. Da. Hier können wir Poste abgeben. Ich muss mir hier entlang klettern. Wo geht's hier hin? Ah. Wieder ein paar Geister befreit. Steht zu Diensten. Dann schauen wir noch rein. Kiste. Noch eine Kiste. Ein Rot-Friend. Hallo. Das war die Nummer 84. Dann schauen wir noch mal runter. Ja, hier ist noch was. Neue Kiste. Ein neuer Hut. Bonny. Da werden sich zwei Rods drüber freuen. Wenn wir diese neuen Hüte kaufen. Dann werden die gleich aufgesetzt. Nachher. Ah, jetzt haben wir wieder hier. Schauen wir hier mal schnell ums Haus rum, ob es hier noch was gibt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Noch da hinten in die Ecke gucken. Hier kann man auch noch an Land gehen. Ja, dann schauen wir mal kurz noch auf die Karte. Okay. Dann sind also hier die nächsten Gateways. Ich weiß aber gar nicht, ob wir hier hinkommen, weil ich den Weg da, der war noch verschlossen. Vielleicht geht es dann hier als nächstes weiter. Naja. Schauen wir mal, aber schauen wir nicht jetzt. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal auf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.